Die Top 5 Besten In-Ear-Sport-Kopfhörer mit Bluetooth Ich habe die JBL Wave 200 TWS True Wireless In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer in schwarz gekauft und bin sehr zufrieden mit meiner Wahl. Die kabellosen Ohrhörer kommen mit integriertem Mikrofon und ermöglichen Musik-Streaming für bis zu 20 Stunden. Das Ladecase ist eine praktische Ergänzung und sorgt dafür, dass ich jederzeit genug Energie habe. Die Klangqualität ist ausgezeichnet und die Ohrhörer sind bequem zu tragen. Ich kann die JBL Wave 200 TWS True Wireless In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich habe die Casho Bluetooth Kopfhörer 5.3 in Roségold und bin sehr zufrieden damit. Der Klang ist sehr klar und der Bass ist tief, was beim Musikhören ein großes Plus ist. Die Ohrhaken sind auch sehr bequem und halten die Kopfhörer sehr gut an Ort und Stelle. Der Ladekoffer ist sehr praktisch und die LED-Anzeige ist hilfreich, um den Ladezustand der Kopfhörer zu überprüfen. Die erste PX7 Wasserdichtigkeit ist auch ein großes Plus, da ich sie beim Sport tragen kann, ohne mir Sorgen um Schweiß oder Regen zu machen. Alles in allem, tolle Kopfhörer für Musikliebhaber und Sportbegeisterte. Ich bin absolut begeistert von diesen Bluetooth Kopfhörern. Die Klangqualität ist unglaublich klar und detailreich, dank des hochwertigen HiFi-Stereosystems. Außerdem sind sie unglaublich bequem und passen perfekt in meine Ohren. Ich liebe auch die Wasserdichtigkeit, wodurch ich während meiner Workouts nicht besorgt sein muss. Und die 40 Stunden Audio-Wiedergabezeit ist wirklich beeindruckend. Die LED-Leistungsanzeige ist auch sehr nützlich. Alles in allem kann ich diese Kopfhörer jedem empfehlen, der auf der Suche nach großartigen kabellosen Ohrhörern für Sport oder Alltag ist. Ich liebe diese Bluetooth Kopfhörer. Der KT1 bietet eine unglaubliche Spielzeit von 120 Stunden und bietet einen hervorragenden, tiefen Bass. Die Ohrhörer sind bequem und wasserdicht mit IPX7-Zertifizierung. Das Lade-Edwi ist super handlich und die LED-Anzeige ist sehr praktisch. Die Verbindung ist schnell und stabil dank Bluetooth 5.3. Ich habe diese Kopfhörer beim Sport verwendet und bin sehr zufrieden mit ihrer Leistung. Ich kann sie jedem empfehlen, der nach einem hochwertigen Produkt sucht. Ich habe mir diese Bluetooth Kopfhörer für den Sport gekauft und bin sehr zufrieden damit. Sie sind kabellos und haben eine Bluetooth 5.1 Verbindung, die sehr stabil ist. Der Klang ist sehr gut, mit HiFi Stereo und CVC 8.0 Geräuschunterdrückung. Das HD-Mikrofon ist auch sehr praktisch für Telefonate während des Trainings. Die Ohrhörer sind zudem IP7-wasserdicht und können schnell über USB-C aufgeladen werden. Ich kann diese Kopfhörer jedem empfehlen, der gerne während des Sports Musik hört. Denken Sie daran, dass es weitere Informationen und Produktlinks in der Videobeschreibung gibt. Wir sehen uns im nächsten Video.